Ich hätte wohl durch die Höhle gemusst, oder? Shit. Tü-tü-tü-tü-tü. Tü-tü-tü-tü-tü. Wahrscheinlich, ja. Ja, schön. Gleich kommen wir wahrscheinlich bei stürmischem Gewitter um. Ah, komm schon. So, Felsen hochklettern. Ach, guck mal, hier ist gar nicht so dunkel. Ha. Ähm. Da ist... Hallo? Was zur Hölle? Warte mal, ich muss da hoch, ne? 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 Was ist es? Es ist... Außerhalb. Komm schon. Das ganze Ding. Und Leute kommen und gehen und sagen, please, es ist... Es ist... Es ist Wahnsinn. Ja, ja, okay. Ich verstehe. Okay. Uncool. Ey, hört den Gesprächen gut zu und lest euch das gut durch, ne? Äh, wo muss ich denn jetzt her? So, eigentlich... Hoch. Komm schon. So. Ach so, gut, eigentlich ist es egal, ne? Wenn das beides eine Kurve macht. So. Hier hoch. Komm schon, ab nach Hause. Ich weiß nicht, ist das Spiel auch... Das ist auch ein bisschen Open World, ne? Also, theoretisch, wenn ich den Aufgaben erst nicht folgen würde, könnte ich hier... Einfach ein bisschen rumgucken, oder? Ich hoffe, ich bin hier richtig. Hier, immer hoch. Hm. Ah, da. Okay. Weg gesperrt, Schild? Fuck, jetzt wieder... Weg. Oh, Alter, ey. Boah. Ab nach Hause. Oh, hallo, Toilette. Ähm. Haha. Geiler Scheiß. Warte mal. Äh. Na ja, gut, von mir aus. Scheiße, ernsthaft. Oh, Mann. Gut. Ab ins Bettchen. Ähm. Warum... Warum liegt meine Schreibmaschine hier? Ekelig. Plemmington. Junge, wenn du noch da bist. Richtig fertig. Ich hau dir die Schra... Äh. Ernsthaft? Alter, wirklich? Scheiße. Scheiße. Hey, was? Sie, sie verraten das Ort. Sie verraten meine Typewriter aus der Tür. Motherfucker! Holy shit. Ähm. Ich werde die Service der Forrest wissen, was passiert. Ja. 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 Ich glaube nicht, dass die Mädchen das waren. Ich glaube. Hä? Ich kann nicht glauben, dass jemand das machen würde. Ich bin über die Beine und Fäine, und das ist es. Und jetzt habe ich mich über einen bergeren Hiker, die nach der Lookouts gehen. Das ist toll. Ähm. In der Morgen, ich werde meine Freundin Patty, der in der Türkei arbeitet, in Cody. Sie haben eine Liste von allen, die in und aus der Türkei sind seit... ... ich weiß nicht, seit langem. Und wir sehen, ob wir eine Liste von Namen haben. Wir werden nicht viel, aber wenn etwas anderes passiert, können wir es referieren und sehen, ob etwas kommt. Danke. Ich brauche dich, dass du hier sicher fühlst. Anyway, ich hoffe, dass du schlafen kannst. Ich spreche mit dir in der Morgen. Und das Spiel, holt es euch. Unterstützt die Entwickler. Vielleicht gibt es irgendwann ein neues Spiel von denen. Oh. Krankenwagen. Mal wieder. Also ernsthaft, in letzter Zeit sind hier so viele Verkehrsunfälle. Das ist echt heftig. Oh, Kaffee. Ne, sieht aus wie Wasser. Äh, Wasser. Wach auf. Ja, ich bin wach. Hey, wach auf. Ich bin wach. Ich bin wach. Was ist dein Problem? Unser Problem. Sorry, unser Problem. Die Sturm hat die Telefonklinik ausgesucht, die ich mit dem Service gesprochen habe, das bedeutet, dass wir ausgeschlossen sind. Ich habe versucht, die Radio zu machen, und das funktioniert auch nicht. Ich weiß nicht, warum das das so wäre. Kann ich es fixieren? Well, du wahrscheinlich nicht, aber was du kannst, ist, dass du nach unten steuert, wo die Wire geht, und wenn du nach unten steuert, dann kann ich einen Ranger schrauben, um jemanden zu erinnern. Okay, ich kann das tun. Wo ist es? Erinnerst du die Kavie, die du nach unten steuert hast? Ja, natürlich. Also, du willst da nach unten gehen, nach unten gehen, und weiter nach unten gehen, wenn du nach unten kommst. was haben wir denn hier cottonwood blue spruce lodgepole pine aspen setzbrush orange oder schrub wird schrub schrub prärie feier filari golden esther tailcup lupin lupin oder irgendwie so keine ahnung truck alaska 1989 mai alles klar was haben denn da thermos kann so voller elan in die hand um es wegzuwerfen aber konnte ich nicht so was haben was haben wir denn noch alles hier so gucke mal toll spülmittel komm schon hier so okay gut dann würde ich sagen beziehungsweise kann ich das nicht irgendwie kacke wenn das jetzt die ganze zeit offen ist warte mal speichern einmal kurz speichern hallo okay so nicht den kopf stoßen weiter geht sie wieder so gut das war an sie gut aus so was hat sie gesagt wo müssen wir hin zu der höhle müssten mussten wir also müssen wir jetzt nach nordosten mordosten sich das richtig das sehe ich richtig schön so unser kollege hängt die auch noch auf dem pot tschuldigung jawohl sehr schön okay ja läuft so okay jetzt scheißegal sind eben außen rum gegangen nördlich des kenny warte mal sander canyon also müssen wir doch theoretisch den weg da hoch ne rein theoretisch rein theoretischerweise ach nee warte mal hier sind wir vorhin auch hergegangen ne ja ich glaube schon entschuldigung ich kann mir sowas einfach nicht gut merken alles klar so ach schön wie in der richtigen natur ach ja komm schon gut ne verdammt warte mal ach so doch okay entschuldigung ich habe nichts gesagt hui 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 zu Okay. Yep. Was ist denn hier passiert? Ah. Was ist mit den Bäumen passiert? Du bist hier und es ist schön. Es ist nicht immer etwas schlechtes. Ja, sicher. Ich muss eine Sache machen, aber ich habe eine Radio. Okay, kenne mich, wenn du es brauchst. Ich kann sehen, dass du über das Wasser sprachst. Es sieht aus, dass es in guter Form von hier ist. Wir füllen es auf den Topf der Straße, wenn du kannst. Du kannst zurück, als du mir das alles klar bekommst. Entstanden. Hm. Hm. Okay. Vielleicht hat sie mal gebrannt. Also nicht nur vielleicht, wahrscheinlich auf jeden Fall. So. Es macht mich gerade ein... ...bisschen fertig, dass ich mein Fenster nicht reparieren darf. Oder kann. Oh. Oh. Was haben wir denn hier? Ähm, das ist immer noch das... ...selbe wie vorhin? Was ist das? Ernsthaft. Also hier will ich aber nicht mehr gehen. Hey, ich habe eine Struktur gefunden, die vielleicht mal in einem Haus war, glaube ich. Woah, äh... Du brauchst nicht meine Verpflichtung, um zu den Räumen zu gehen, aber... ... du weißt, du hast die Abandonderschütter auf deinem Verstand. Ich meine, ich bin in der richtigen Bereich. Ich glaube... ...äh... ...äh... ... die Abandonderschütter aufhört. Folle es bis zum Topf des Beartooth-Pointes... ... und wenn es nicht verletzt wird, kannst du nach Hause gehen. Guck mal, das hängt da. Ah, haha! Oh, warte mal hier. Äh! Alter! Guck! Das hängt da. Das hängt daneben. Das ist kaputt. Wollen wir doch mal gucken, ob wir da nicht hinkommen. ... 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 Ja, die Frage ist, es sieht nicht aus wie der Wind. Es sieht aus wie es wurde, automatisch verletzt. Ich wusste, als du gesagt hast, dass du sie wegschrauben hast. Diese Idioten werden Geld. Sie wissen, wie die Menschen sterben? Ich meine, was wenn etwas zu einem meiner Bezug auf die Verlust war, während das passiert? Und Gott verletzt, dass es ein echtes Feuer aus dem Kontrollen ist. Was willst du? Ich will, dass du sie finden. Und dann was? Ich... Ich habe nicht so weit nachher gedacht. Aber das ist nicht wahr. Alles, was zu mir kommt, ist... Ja. Oh, ja? Hey, ich kam hier für ein Wetter und ein Wetter. Was hast du? Ich denke, ich will, dass du sie findest, und sie die Hölle aus dem. Ja, ich würde eine Spooky Ghost costume machen, aber sie verletzten meine Scheisse. Ich weiß nicht. Um... Ich warte, dass sie wegschrauben und schrauben sie ihre Kampen. Das ist etwas, was eine Teenagige Mädchen zu Hause gehen. Ich finde sie. Dankeschön. Aber ich werde ein Wetter brauchen. Nicht deinen Wetter. Ich würde anfangen, mit dem Haufen nach deiner Tauern zu gehen. Und einfach ein Augenblick auf alles, was dir zu ihnen führt. Zurück in Richtung Tour. Ich bin großartig in der Red Eagle. Hm, großartig. Schau, ob du den Weg finden kannst, die sie von dort entfernt haben. Vielleicht haben sie zurück nach dem Lack oder so. Ich warte, wo sie gestern waren, aber sie können sicher nicht weit weg. Teenager. Oh. Äh. Warte mal. Hahaha. Ihr seid ja witzig. Ähm. Vielleicht muss ich dann doch daher, wo ich gerade war. Eventuell. Vielleicht. Okay. Boah. Boah. Leute, ey. Macht doch sowas nicht mit mir. Bitte. Ach hier. Okay. Gut. Ich bin wieder da. Gut. Alles klar. Dann springen wir hier mal runter. Weil ich mal... Ne, warte mal. Haha. Warum sollte ich? Da ist eine Bierdose. Da werden wir runtergesprungen. Es ist... Ja. Bierdose. Äh. Kinder. Oh. Oh, was ist das denn? Hallo. Kiddies. Ich habe hier einen übergelten Trailer. Ja, das wird passieren. Also bin ich verabschiedet, wenn es um es zu fliegen ist? Mhm. Verabschiedet, bis du dich selbst klickst. Ja. Great. Wenn ich ein paar Werkzeuge bekomme, werde ich die Grundsicherung zu meiner immer erhöhten Liste von Verantwortung. Mhm. Wird gemacht. Direkt wenn ich etwas finde, womit ich es zerstören kann. Ähm. Ich finde keine Bierdosen mehr. Was ist los? So. Bam. Du Fawkes. Ja. Jonassey Lake. Äh. Supply Drop. Ähm. Ja, da können wir später mal irgendwann hin. Jetzt würde ich doch gerne erst einmal die Weiber finden. Entschuldigung, die Mädchen. Oh. Andro. Oh. Ähm. Ok. «And it's not one of the teens?» No. It looks like, it was lost a long time ago. Well, you could always pilfrate rưuze appendischen. wirklich sehr gut ernsthaft guckt euch das mal an was he a ranger or something mhm 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 Das war da hinten. Das war da hinten.